Herzlich willkommen auf der AMB in Stuttgart 2016. Ich möchte Sie ganz recht herzlich auf dem Messestand der EMA-Gruppe begrüßen und Ihnen in diesem Zusammenhang die VT2-Maschine vorstellen. Die VT2 ist eine Wellendrehmaschine für Teile bis 400 mm Länge und einem maximalen Drehdurchmesser von 100 mm. Die Maschine besticht durch eine kompakte Bauweise und ist auf beiden Seiten mit einem Teilespeicher ausgestattet. Über greifbar integrierten Werkzeugrevolver können wir die Maschine automatisch B&N laden. Das sorgt für kürzeste Nebenzeiten. Vier Achsen, maximale Flexibilität durch die integrierte Automation sowie eine kraftvolle Hauptspindel, das sind die Attribute der VT-Serie. Die Maschine ist mit zwei Revolvern ausgestattet, wodurch wir Wellen sehr effizient auch von zwei Seiten simultan bearbeiten können. Neben der vierachsigen Simultanbearbeitung sorgt die kraftvolle Arbeitsspindel mit 34 kW Leistung und 144 Nm Drehmoment im Standard für kürzeste Bearbeitungszeiten. Die Maschine ist optional mit angetriebenen Werkzeugen ausgestattet und ist somit die richtige Lösung für die effiziente Fertigung von Wellen in hoher Stückzahl.